SICK. Professionelle Qualität aus Oberschwaben. Baustellen erprobt und vielseitig. Die Anhänger der Serie BM von SICK transportieren Maschinen oder Material bis fast 3 t. Genial gemacht. Um den Aufbahnwinkel zu verringern, ist das Heck des BM abgeschrägt. So lassen sich auch Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit problemlos verladen. Stark bereift. Der BM ist mit robusten 14 Zoll Rädern ausgestattet. Diese sind unempfindlicher, baustellentauglicher und meistern auch schwierige Fahrsituationen wie zum Beispiel das schräge Überfahren einer Bordsteinkante besser als eine niedrige 13 Zoll Bereifung. Durch die 14 Zoll Bereifung bekommt der BM zudem eine größere Bodenfreiheit. Die optional erhältliche Gitterrost-Auffahrrampe ermöglicht das spurunabhängige Verladen von Spezialmaschinen. Auch hier verlängert das abgeschrägte Heck die Aufwahrzone und ermöglicht es Maschinen mit geringer Bodenfreiheit, den BM zu befahren. Damit die massive Rampe leicht bedienbar bleibt, ist sie in der Mitte geteilt. An- und Abklappen der einzelnen Elemente unterstützt eine Gasfeder. Ihre Maschinen benötigen einen extra flachen Auffahrwinkel. Der BM ist auch mit längeren Auffahrrampen erhältlich, die nahezu bündig auf dem Boden auflegen. Und auch in dieser Ausführung ist der BM innerhalb kürzester Zeit wieder fahrbereit. Bei diesem Multitalent lassen sich die Auffahrrampen ganz einfach aufschwenken. Und selbstverständlich ist dies auch bei der optional erhältlichen Gitterrost-Auffahrrampe kein Problem. Mit nur wenigen Handgriffen wird der BM so für die Beladung mit einem Stapler oder Radlader vorbereitet. Sie möchten mit ihrem BM Hilfsmittel, Arbeitsgeräte oder sogar loses Schüttgut transportieren? Mit der Quertrennwand ist dies kein Problem. Sie teilt den Anhänger mit Hilfe der optional erhältlichen Führungszapfensets in unterschiedliche Abteile auf und trägt zu einer durchdachten Ladungssicherung bei. Mit dem umfangreichen Ladungssicherungspaket schützen Sie Ihre Ladung effektiv. Die optionalen Sperrstangen können an der vorderen Bordwand gepaart werden. Bei Bedarf lassen Sie sich ladungsgenau in die Zurrpunkte der Bordwände einsetzen. Die in die Bordwandkante integrierten Zurrpunkte machen eine flexible Lastsicherung möglich. Die Schwerlastösen auf dem Boden sichern ihr schweres Gerät. Insgesamt zehn Ösen stehen dafür zur Verfügung. Und jede Schwerlastöse hält bis zu 2000 DecaNewton. Also rund zwei Tonnen. Ein Netz sichert mit Hilfe der an der Bordwand montierten Netzhaken loses Frachtgut. Stabilität durch Qualität. Dafür steht SICK. Der Anhängerboden wird deshalb aus einem Stück gekantet und ohne verrottbares Holz darunter verbaut. Die vielen Quertraversen der Unterkonstruktion bieten besonders viel Auflagefläche und erlauben so dem Transport selbst hohe Punktlasten. Einen Holzboden, die Schwachstelle eines jeden Anhängers, gibt es bei SICK nicht. Um die Nutzlast zu erhöhen, steht optional ein Aluminiumboden zur Wahl. Für die zusätzliche Sicherheitsreserve ist der Achsbock der Serie BM von 250 auf 700 Millimeter verlängert und jede Achse achtfach verschraubt. Das gibt Ihnen auch bei maximaler Last an der Anhängerkupplung ein sicheres Gefühl. SICK ist durchdacht. Die Auffahrrampen der Serie BM sind serienmäßig mit Stützfüssen und einer Stahlketten geeigneten Profilierung ausgestattet. Sie sind mit wenigen Handgriffen abgeklappt und justiert und lassen Maschinen bis maximal 2830 Kilogramm sicher auf den BM fahren. Und auch das ist durchdacht. Die verstärkten Kurzflügel können Sie bei der Beladung als Tritt nutzen. Ihr Allround-Talent für die Baustelle. Belastbar, sicher, flexibel. Der BM von SICK. 100% made in Germany. 100% SICK.